Guten Tag, herzlich willkommen zu diesem Präferat heute mit Dr. Jolanda Schlumpf. Sie wird sich danach gleich selber vorstellen. Sie ist eine international bekannte Spezialistin, vor allem im Bereich der dissoziativen Identitätsstörung und der neurowissenschaftlichen Forschung dazu. Jolanda, vielleicht kurz, dass du dich vorstellst, wo arbeitest du und wie bist du in dieses Thema reingekommen? Ja, also zuerst einmal vielen Dank für die Möglichkeit, zu diesem Thema zu referieren. Ich arbeite, ich bin Psychologin und Neurowissenschaftlerin und arbeite an der Universität Zürich, Lehrstuhl für Neuropsychologie als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und arbeite auch eng zusammen mit der Kleine Littenheit als wissenschaftliche Mitarbeiterin, wo ich eine Studie durchgeführt habe, über die ich heute auch noch sprechen werde. Und ich habe das gestern mal ausgerechnet, das sind ziemlich genau 14 Jahre, man ist älter geworden, seitdem ich mich mit dem Thema DISS, also dissoziative Identitätsstörung und Neurowissenschaft, beschäftige. Und ja, das Interessante hierbei ist vielleicht noch, als ich begonnen habe mit meiner Doktorarbeit, da war noch etwas eine andere Zeit, das war die Zeit von ICD-10. Da hiess die dissoziative Identitätsstörung nach multiple Persönlichkeitsstörung und es gab ja auch noch diese Passage, dass es eben iatrogen bedingt ist, also durch die Therapie bedingt. Und ja, mittlerweile ist die Anerkennung dieses Störungsbildes einiges besser, weil es ja sowohl im DSM-5 als auch ICD-11 nun als dissoziative Identitätsstörung anerkannt wird. Aber ja, es gibt immer noch, meiner Meinung nach, sehr viel zu tun und ja, ich hoffe, mit diesem Vortrag einen kleinen Beitrag leisten zu können für in Richtung mehr Verständnis und auch Akzeptanz des Störungsbildes. Wenn es okay ist, schalte ich mal um auf die Folien. Sieht man das? Ja. Gut, also eben, ich werde heute über die dissoziative Identitätsstörung und neurowissenschaftliche Befunde sprechen. Die DISS, jetzt komme ich leider nicht weiter. Yes. Die DISS ist ein Störungsbild, welches, ich sage mal, der allgemeinen Bürger auch kennt, aber leider sehr oft, oder hat wahrscheinlich sehr oft, viele haben ein sehr verzerrtes Bild. Hängt allenfalls auch ein bisschen damit zusammen, dass eben die DISS in Film und Buch oftmals aufgenommen wird als Element, aber leider, leider, leider tendiert Hollywood dazu, die DISS sehr, auch, also ein verzerrtes Bild der DISS zu übermitteln. Oftmals wird die DISS auch als, oder diese, die Personen auch als sehr Gewaltbereitschaft dargestellt. Ja, in Split geht es ja so weit, es ist der neueste Thriller, dass diese Person sogar zu einem Bestie mutiert. Ich würde mich sehr freuen, wenn Hollywood mal einen Streifen filmen würde, in dem die DISS wirklich realistisch dargestellt würde und ich würde behaupten, das wäre ein wirklich ganz krasser Thriller, in dem es eben dann auch um organisiertes Verbrechen gehen würde. Okay, dazu ein bisschen, dazu später noch mehr. Ja, leider ist es auch so, dass die DISS in der Forschung immer noch sehr stiefmütterlich behandelt wird. Ich habe hier mal eine Abbildung erstellt und zwar habe ich in PubMed, das ist eben so das wissenschaftliche Suchmaschine mit dem Begriffen Dissoziative Identitätsstörung und Schizophrenie nach wissenschaftlichen Artikeln gesucht. Und was man hier sieht, ist halt, dass eben die DISS um ein Vielfaches, Entschuldigung, die Schizophrenie um ein Vielfach häufigeres erforscht ist. Oder es gibt ein Vielfaches mehr an Artikeln, obwohl die Prävalenz bei beiden Störungsbilden etwa gleich häufig ist, nämlich 1% und die DISS ja auch mit sehr hohen Gesundheitskosten einhergeht. Ebenso kursieren eben auch immer noch seltsame Ideen zum Störungsbild, zur Ethologie, also zu den Ursachen dieses Störungsbildes. Es gibt grob gesagt zwei Modelle, das Traumamodell und das soziokognitive Modell. Die Anhänger des Traumamodells, zu dem zähle ich mich auch und ich natürlich auch, die gehen davon aus, dass das ein echtes Störungsbild ist, bedingt eben durch chronische Traumatisierung. Ich komme darauf noch zu sprechen. Die Anhänger des soziokognitiven Modells hingehen, behaupten, dass die DISS auf Simulation beruht. Und ich gehe auf diese Modelle später nochmals genauer ein, aber hier an der Stelle möchte ich erwähnen, dass ich eben neurowissenschaftliche Befunde zeigen werde und ich werde die Befunde eben im Rahmen diskutieren, inwiefern sie oder welches Modell sie stützen und welches sie widerlegen. Ich kann das hier schon verraten, die neurowissenschaftliche Befunde stärken das Traumamodell und widersprechen dem soziokognitiven Modell. Ja, ich habe mir folgenden Aufbau überlegt. Zuerst werde ich kurz über Traumafolgestörungen sprechen, einfach um Begrifflichkeiten zu klären, damit sie auch verstehen, über welche Störungen ich spreche. Und dann kommen wir zum grossen Themenkomplex Emotionsregulation, weil das eben ist, was Patienten, Traumapatienten, dissoziative Patienten nicht mehr gut können. Es besteht ein zu viel oder zu wenig an Emotionen. Und es ist auch ein Thema, was eben neurowissenschaftlich gut erforscht werden kann. Und ich gehe zuerst über zu neurowissenschaftlichen Befunden, zur posttraumatischen Belastungsstörung und dann gehen wir über zur dissoziativen Identitätsstörung. Und im zweiten Teil werde ich auf die Studie eingehen, die ich kurz schon erläutert habe oder erwähnt habe. Eine Wirksamkeitsstudie, die ich eben in Littenheit durchgeführt habe. Da haben wir uns die Frage gestellt, zu welchen neuronalen Veränderungen es durch eine Traumatherapie kommt bei diesen schwer traumatisierten Patienten. Und dann haben wir auch noch Zeit für Diskussionen und Fragen. Okay, beginnen wir mit der Traumafolgestörung. Also einfach ganz basal Traumafolgestörung, wie der Name schon sagt. ist eine Störung, die aus einem traumatischen Ereignis folgt oder mehreren traumatischen Ereignissen und dann einhergeht mit unterschiedlichen Symptomen. Und wichtig an der Stelle ist eben zu wissen, dass es unterschiedliche Arten von Traumata gibt. Man unterscheidet Trauma durch interpersonelle Gewalt und Trauma durch Unfälle und Natur. Und ebenso unterscheidet man Typ 1, 2 und du hast noch diesen Typ 3 eingebracht, Traumatisierungen. Typ 1 ist einmalig, Typ 2 mehrmalig und Typ 3 ist halt noch krasser. Und je mehr wir uns von links nach rechts bewegen, desto wahrscheinlicher ist es, dass eine komplexe Form einer Traumafolgestörung entwickelt wird. Falls dir diese Folie übrigens bekannt vorkommt, es ist so, ich habe ein Layout übernommen aus einem anderen Vortrag. Genau, hier eben sieht man noch diese Zunahme in der Komplexität der Traumafolgestörung, einmalige, man nennt das auch Monotraumatisierungen, sind eher mit einfacheren Traumatisierungen verknüpft, posttraumatische Belastungsstörungen. Und jetzt geht es über die komplexen posttraumatischen Belastungsstörungen, die eben auch diese Kernsymptome der PTBS erfüllt. Also Vermeidung, Intrusionen und Reizbarkeit, aber dann eben auch noch weitere Symptome zeigt, wie eben auch unter anderem starke Probleme in der Emotionsregulation. Und bei den Typ-3-Traumata kommt es dann eben auch bis hin zu schweren dissoziativen Störungen, wie der partiellen Diss oder der Diss. Das Hauptmerkmal ist eigentlich, dass eben verschiedene Persönlichkeitszustände vorhanden sind, die die Kontrolle über die Wahrnehmung, das Erleben, das Verhalten übernehmen können. Und es gibt eben dann diese Switches zwischen diesen Zuständen und auch oftmals Episoden von Amnesien. Und die partielle Diss ist vereinfacht gesagt die kleinere Form der Diss. Also es bestehen auch Persönlichkeitszustände, aber die sind weniger gut ausgebildet, weniger elaboriert und auch es besteht mehr Co-Bewusstsein zwischen diesen Anteilen. Kann man das so sagen, Jan? Genau, sehr gut. Danke. Ja, hier einfach noch das Gleiche in einer etwas anderen Form dargestellt. Also hier nochmals der Hinweis eben darauf, dass Traumafolgestörungen auf einem Kontinuum abgebildet werden können. Wobei hier eben die Diss als schwerste Form einer Traumafolgestörung betrachtet wird, die mit sehr schweren Traumatisierungen in Zusammenhang gebracht werden kann. Gut, soviel mal zur Traumafolgestörung. Kommen wir zur Emotionsregulation. Ich brauche im Zusammenhang jetzt in diesem Vortrag Emotionsregulation oder definiere ich als die Fähigkeit, das emotionale Erleben in Dauerintensität und – ich sehe ins andere nicht, was steht da noch? In der Art. In der Art beeinflussen zu können, genau. Fähigkeit des emotionale Erleben in Dauerintensität und Art beeinflussen zu können. Und das ist eben etwas, was diesen komplex traumatisierten Patienten sehr schwerfällt. Und wenn wir nun Emotionsregulation oder wenn man von Emotionsregulation in den Neurowissenschaften spricht, dann kommt man schnell auf den frontolimbischen Regelkreis. Das ist so quasi die neuronale Grundlage, wie Emotionen reguliert werden können. Besteht aus dem limbischen System, insbesondere der Amygdala und dem Präfrontalkortex. Der Präfrontalkortex, der ist in der Lage, eben diese Aktivierung im limbischen System zu inhibieren, zu unterdrücken, was dann eben auch zum Runterfahren vom Emotionalen oder auch Vegetativen herausgeführt. Genau, an der Stelle ist mir auch noch wichtig zu erwähnen, dass man spricht immer von frontolimbisch, aber das ist zu vereinfachend. Also es gibt auch andere Strukturen, die an der Emotionsentstehung beteiligt sind, wie die Insula. Und der anteriore zinguläre Kortex ist auch ganz stark an der Inhibition beteiligt. Und man spricht im Zusammenhang mit diesem Regelkreis eben auch von Bottom-up- und Top-down-Prozessen. Also Bottom-up ist so die reine Informationsverarbeitung, die zu einer Wahrnehmung führt, die dann wiederum zu Emotionen führt. Also ein Beispiel wäre, eine Pätebas-Patientin geht in die Migros und riecht ein Parfum, was an den Täter erinnert, das führt dann zu starken Emotionen. Das wäre ein Bottom-up-Prozess. Und Top-down-Prozesse sind dann eben kognitive Prozesse, die regulierend wirken können. Das sind Ideen, Überzeugungen, Erfahrungen. Und das Beispiel hier wäre, die Person ist zwar getriggert, aber ist schon länger in Therapie, zum Beispiel bei dir, und lernt dann eben, dass dieser Geruch zwar eine triggernde Wirkung hat, aber sie kann sich dahingehend regulieren, weil sie weiss, dass ihm hier und jetzt sicher ist. Und das führt dann eben zum Runterfahren von emotionalem vegetativen Errasen und ist stark mit diesen präfrontalen Strukturen verbunden. Okay, das einfach mal als Hintergrundwissen. Ich komme auf diesen Regelkreis immer wieder zu sprechen im Verlauf des Vortrages. Okay, kommen wir nun zur Forschung, zur PTBS. Ja, also wir befinden uns auf dem Kontinuum bei der PTBS und komplexen PTBS. Wobei ich hier erwähnt haben möchte, wenn ich von komplexer PTBS spreche, dann spreche ich nicht von KPTBS nach ICD-11. Dies nämlich, KPTBS nach ICD-11 ist weitgehend neurowissenschaftlich unerforscht bisher. Ich bin sehr gespannt, was die Forschung dann zeigen wird im Zusammenhang mit diesem konkreten Störungsbild. Ich spreche hier von KPTBS und meine einfach PTBS, welches im Zusammenhang steht mit Typ-2-Traumata, schweren Traumatisierungen, ohne auf eine spezifische Diagnose zu gehen. Okay, mittlerweile weiss man eben, dass Traumatisierung zur Störung der Emotionsregulation führt. Dafür hat man neurowissenschaftliche Befunde, aber natürlich auch klinische Befunde. Und interessanterweise, und das ist eben sehr wichtig, dass wir uns das vor Augen führen, gibt es zwei unterschiedliche Arten des Emotionsregulationsdefizits. Es gibt die Unterregulation und die Überregulation. Bei der Unterregulation kommt es zu einer überschissenden Reaktion, weil Gefühle oder eben auch vegetatives Arousal zu wenig stark reguliert werden. Und bei der Überregulation haben wir das gegenteilige Muster. Da kommt es zu einer zu starken Regulation an Gefühlen oder auch an Wahrnehmungen, an Erinnerungen. Und das führt dann dazu, dass es zu Ausfallerscheinungen kommt. Ja, wie zum Beispiel auf unterschiedlichen Ebenen, sei es Emotionen, sei es Körper, sei es Erinnerungen. Okay. Und Ruslenius hat sehr spannende Forschung gemacht in den letzten, sage ich mal, zehn Jahren und konnte eben zeigen, oder anders, ich bin noch einig, es kommt auf der nächsten Folie. Zuerst mal noch, neurowissenschaftlich zeigt sich diese Über- und Unterregulation folgendermassen. Unterregulation geht einher mit viel limbischer Aktivierung, viel Bottom-up. Das ist mit dem, meine ich, dargestellt mit dem grossen roten Pfeil nach oben. Aber wenig Top-down-Regulation. Genau. Und das geht eben einher mit Hyper-Arausl, also vegetativer Erregung und auch eben Überflutung an Gefühlen oder Erlebnissen, Erinnerungen. Und die Überregulation, die zeigt das inverse Muster. Also eben zu viel an Top-down-Regulation, was dann eben zum Runterfahren von limbischen Strukturen Inseln führt. Und das geht dann her mit wenig oder zu wenig an vegetativer Erregung und eben dieser Gefühlstaubheit. Und jetzt kommen wir eben zur Forschung von Ruslenius. Die konnte eben zeigen, dass es unterschiedliche Typen von PTBS-Patienten gibt. Die einen gehen in die Unterregulation und die anderen in die Überregulation. Und interessanterweise, also ich nenne sie hier Hyper-Arausl-Subtyp und der dissoziative Subtyp. Der Hyper-Arausl-Subtyp ist so der klassische PTBS-Typ, also der eben mit diesen Kern-PTBS-Symptomen beschrieben werden kann. Und der dissoziative Subtyp, der zeigt eben in Reaktion, also das habe ich noch vergessen zu sagen, es geht immer um ein Muster in Reaktion natürlich auf bedrohliche Reize, auf Traumannahreize, auf Traumabilder, Traumahrinnerungen. Und der dissoziative Subtyp zeigt eben auch bedrohliche Reize, Symptome wie Depersonalisation und Derealisation. Also die fühlen sich in ihrem Körper fremd oder die Umwelt wirkt auch unwirklich. Das sind dissoziative Symptome. Und ich habe hier noch K-PTBS geschrieben, weil eben Studien konnten eben zeigen, das betrifft etwa 12 bis 30 Prozent der PTS-Population. Und die Patienten zeigen eben diese dissoziativen Symptome bei der Konfrontation mit bedrohlichen Reizen. Und interessanterweise sind das eben Patienten, die komplex traumatisiert sind, Typ-2-Traumata aufweisen. Und diese Forschung war wirklich ein Meilenstein, meiner Meinung nach, weil einerseits kann man dadurch allenfalls auch inkonsistente Befunde in der P-T-Bes-Forschung erklären, weil früher wurde einfach alles zusammengemixt. Das war einfach ein Eintopf. Man hat P-T-Bes-Patienten genommen, die ein Monotrauma im Erwachsenenalter erlebt haben und solche, die Kindsmissbrauch erlebt haben und hat die zusammen erforscht. Und heute ist man etwas intelligenter. Also man sollte bestmöglich wirklich Traumatypen gesondert, separat voneinander erforschen. Und das hat natürlich auch, die Forschung hat auch dazu geführt, dass eben diese Typ-2-Trauma, Kindstraumatisierung, auch mehr in den Fokus gerückt sind. Was meiner Meinung nach sehr wichtig ist, weil das ein Thema ist, was immer wieder stark tabuisiert wurde in der Forschung. Und die Forschung hat auch dazu geführt, dass eben im DSM-5 nun spezifiziert werden kann, ob P-T-Bes-Patienten um dissoziativen Subtyp sind. DSM-5 hat das etwas anders gemacht wie ICD-11. Die waren sich nicht so ganz sicher, ob eine P-T-Bes wirklich so unterschiedlich ist von der komplexen P-T-Bes. Und die haben das mit dem dissoziativen Subtyp gelöst. Und die Forschung von Ruslenius ist sehr wichtig auch für die DISS-Forschung. Und ich werde gleich zeigen, warum. Gehen wir nun über zur dissoziativen Identitätsstörung. Also wir befinden uns jetzt hier auf dem Traumakontinuum eben ganz rechts und betrachten die DSM-5 als schwerste Form einer Traumafolgestörung. Ja, wie bereits schon erläutert, glücklicherweise ist die DSM-5 nun in beiden Diagnosem-Manualen aufgeführt als dissoziative Identitätsstörung. Ja, ich habe hier mal grob die Diagnose, die Kriterien aufgelistet. Wichtig ist vor allem eben, es gibt verschiedene Persönlichkeitszustände, Wechsel in den Zuständen und oftmals eben bestehen auch Amnesien zwischen den Anteilen oder auch ein Anteil kann auch sich an wichtige autobiografische Erlebnisse nicht mehr erinnern. Kommen wir nochmals zu diesen Modellen etwas genauer, weil es eben dann wichtig sein wird für das Verständnis der Ergebnisse. Also Anhänger des Traumamodells gehen eben davon aus, es ist ein echtes Störungsbild, bedingt durch eben diese chronische Traumatisierung, Typ-2-Trauma. Und was auch wichtig ist, es geht auch immer um diese gestörte Bindung, weil wenn natürlich die Täter die primären Bezugspersonen sind, was eben oft der Fall ist, dann und es auch zur emotionalen Vernachlässigung kommt, dann wird es eben schwierig mit der Bindung. Die Anhänger des soziokognitiven Modells, die gehen davon aus, dass das eben ein simulierter Zustand ist, der erklärt werden kann durch Fantasiefähigkeit, Suggestibilität, Suggestion und Rollenspielen. Also Suggestionen erfahren die Patienten angeblich über Medien oder eben auch die Therapie. Es gab in den 90er Jahren dieses Buch Sibyl, das war das erste Buch einer Dys-Patientin. Es liest sich, glaube ich, wie ein Roman, aber es ist eigentlich ein Protokoll einer Traumatherapie. Und nach Veröffentlichung dieses Buches stieg die Anzahl an Dysdiagnosen exponentiell an. Und das hat wahrscheinlich unterschiedliche Gründe. Der eine oder andere war wahrscheinlich wirklich kein Dys-Patient, aber es gab wahrscheinlich auch sehr viele nicht diagnostizierte Dys-Patienten. Und eben die Anhänger dieses soziokognitiven Modells nehmen solche Dinge zum Anlass, dann zu behaupten, dass Medien suggerieren oder eben auch Therapie, Therapeuten suggerieren. Also sie stellen sich das so vor, dass eben der Patient geht in die Therapie, legt sich hin, wird in Hypnose versetzt und dann induziert der Therapeut quasi eine falsche Erinnerung an einen Missbrauch. Der Patient glaubt, obwohl das gar nicht so war, und dann nennt man das falsche Erinnerung. Also die False Memory Bewegung orientiert sich natürlich auch stark an diesem soziokognitiven Modell. Und weil eben die Patienten hoch fantasiefähig sind, können sie sich das gut vorstellen. Sie sind eben auch sehr suggestibel, deshalb kann man das ihnen auch einflössen. Und sie würden diese Rolle dann einfach spielen, um irgendwie Aufmerksamkeit zu erhalten. An der Stelle möchte ich bereits schon mal angefügt haben, dass die Anhänger des soziokognitiven Modells keine einzige Studie durchgeführt haben mit Dispatienten. Das waren alles entweder die gesunde Probanden oder Probanden mit einer anderen psychiatrischen Erkrankung. Ebenso gibt es Studien, die zeigen, dass Patienten, Dispatienten weder höher fantasiefähig sind noch suggestibler sind als eine gesunde Kontrollgruppe. Genau. Und mehr dazu dann noch später zu diesem Modell. Behalten Sie das mal im Hinterkopf, weil eben ich werde darauf nochmals zu sprechen kommen, vor allem dann in der Zusammenfassung der Ergebnisse. Okay, aber bevor ich jetzt noch auf die Studie zu sprechen komme, muss ich noch etwas ausholen und Begrifflichkeiten klären. Also in der Theorie der strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit geht man eben davon aus, dass jede Traumafolgestörung mit einer strukturellen Dissoziation einhergeht, also mit einer Spaltung innerhalb der Persönlichkeit. Die eben unterschiedlich stark ausgebildet sein kann, in Abhängigkeit auch der Komplexität des Störungsbildes. Man nennt das primäre, sekundäre, tertiäre Ebene. Und eben von links nach rechts wird das Störungsbild immer komplexer. Und mir geht es jetzt nicht um die Details dieser strukturellen Dissoziation. Ich möchte einfach die Begriffe ANP und EP einführen. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeitsanteile und in dieser Theorie werden sie anscheinend normaler Persönlichkeitsanteil und emotionaler Persönlichkeitsanteil genannt. Ehlert Neinhäus hat dann das noch weiter ausgebildet. Er spricht von der Traumatrinität. Es gibt anscheinend normale Persönlichkeitsanteile, die sind ignorant, die vermeiden das Trauma und übernehmen so quasi die Alltagsperspektive, sind im Alltag auch stark vorne, gehen zur Schule, gehen zur Arbeit usw., erziehen Kinder. Dann gibt es fragile EPs, die übernehmen die Opferperspektive, die erinnern sich an das Trauma und erleben sich auch als Opfer. Und kontrollierende EPs, die übernehmen die Tätersperspektive, die versuchen dienlichst, sich eben nicht schwach zu fühlen, sondern gehen in die Rolle der Täter, sind oftmals misstrauisch, kritisch, sabotierend und zeigen mir eben auch dysfunktionales Verhalten. Auch da geht es mir nicht um die Details, sondern eben ich führe Begriffe ein und gehe nur auf die Anteile näher ein, die eben neurowissenschaftlich bisher auch erforscht wurden. Und das ist das fragile EP und der anscheinend normale Persönlichkeitsanteil. Das fragile EP ist eben auf das Trauma fixiert. Er hat ein Traumagedächtnis und wenn dieses getriggert wird, dann kommt es zu intrusiven Wiedererleben und dieser Anteil geht in die aktive Verteidigung, fight, flight. Und dieser Anteil ist auch oftmals sehr kindlich. Die ganze Geschichte ist noch etwas komplizierter. Es gibt auch EPs, die in die totale Unterwerfung gehen. Das ist der passive Verteidigungsmodus. Aber wichtig an der Stelle, wir haben nur, oder bisher wurden nur EPs untersucht, fragile vom Subtyp aktive Verteidigung. Und ANPs, die vermeiden eben das Trauma, die sind amnestisch, vollständig oder partiell. Sie personifizieren sich auch nicht mit dem Trauma und das ermöglicht ihnen eben auch im Alltag bestmöglich vorne zu sein. Und das sind die Anteile, die eben neurowissenschaftlich erforscht wurden. Die Folie kennen Sie bereits. Und es gibt, da habe ich erwähnt, dass eben Traumatisierung zur Störung der Emotionsregulation führt. Und es gibt zwei unterschiedliche Muster. Die haben wir schon beim Hyper-Rase-Subtyp der PTBS gesehen und auch beim Dissoziativen Subtyp. Und der Clou an der Geschichte ist nur, dass eben diese Unterregulation mit auch EP in Verbindung gebracht werden kann und die Überregulation mit dem ANP. Also übrigens, Über- und Unterregulation sind Begrifflichkeiten, die stark durch die Neurowissenschaften geprägt wurden. In der ursprünglichen Theorie der strukturellen Dissoziation der Persönlichkeit wird von Fixierung oder Vermeidung gesprochen. Aber im Prinzip gibt es da eine grosse Überlappung zwischen diesen Konzepten. Und was eben die Forschung nun zeigen konnte, ist eben, dass wenn man EPs und ANPs mit bedrohlichen Reizen konfrontiert, dass eben das EP ein Muster, also neuronales, neurophysiologisches Muster zeigt, was der Unterregulation gleicht. Und ANP zeigt dem Muster, welches der Überregulation gleicht. Also wir haben eben dieses zu viele limbische, sehr stark bottom-up gesteuerte beim EP und zu viel top-down beim ANP. Was mir auch wichtig ist, an der Stelle erwähnt zu haben, ist, dass das sind Modelle und es ist natürlich massiv vereinfachend. Es geht um mehr als nur limbisch und präfrontal. Aber dieses zu viel Angefühlen oder zu wenig Angefühlen, also zu viel Überflutung beim EP und zu wenig beim ANP, das stimmt. Ich zeige das dann noch bei einer Studie, die ich durchgeführt habe. Ich werde dem Folgenden auf zwei Studien eingehen. Ich habe nicht Zeit für mehr, aber die sollen so exemplarisch dafür sein, um eben zu zeigen, um eben diese Über- und Unterregulation darzustellen. Ich beginne mit einer Studie von Simone Reinders. Sie hat, das war eine PET-Studie, also eine Positronen-Emissionstomographie-Studie, damit kann man eben die Gehirndurchblutung messen. Und die hat eben Dis-Patienten genommen und jeden Dis-Patienten sowohl als EP als auch als ANP gemessen. Und während diese Patienten im Scanner lagen, hörten sie entweder ein Traumaskript oder ein neutrales Skript. Also ein Traumaskript war wirklich ein tatsächlich persönlich erlebtes Trauma, welches auf Tonband aufgenommen wurde. Und ein neutrales Skript, das war halt einfach irgendeine weniger belanglose Situation, wie eben im Mikrokop einkaufen zu gehen oder was auch immer. Und was man hier wirklich wunderschön sehen konnte, ist, dass eben EP Aktivierung in Dramygdala, Insula oder auch Basalgaung zeigt. Also dieses EP zeigt Aktivierung in Arealen, welches eben mit Emotionen in Verbindung gebracht werden können. Was wir auch immer wieder sehen, ist, dass wir, wenn EP mit bedrohlichen Reizen konfrontiert wird, irgendwas im Gehirn auflackert, was mit Bewegung zu tun hat. Das wird dann so mit erhöhter motorischer Bereitschaft, erhöhter Tendenz zu Kampfflucht interpretiert. Also EP scheinen diese Traumaskripts hoch emotional verarbeitet zu haben. Sie sind eben fixiert darauf, identifiziert. EP hingegen zeigt auf dieses Traumaskript ein ganz anderes Muster. Zwar zeigen die erhöhte Aktivierung im präfrontalen Kortex und auch im anterioren zingulären Kortex. Und das sind eben die Strukturen, die runterregulieren können. Diese erhöhte Top-Down-Regulation darstellen. Man sieht auch Aktivierung im multisensorischen Assoziationsareal. Das ist auch spannend. Das sind so posterior-parethale Areale, die man auch sehr stark mit Depersonalisation in Verbindung bringt. Und das ist ja auch ein Symptom, welches ANP gut kennt. Dieses sich nicht im Körper fühlen. Okay. Kann ich hier kurz reinreden? Ja, gerne. Weil ich finde auch wichtig, vielleicht zu erklären, wie das gemacht wurde. Wie hat man, was für Menschen hat man da genommen? Und wie kann man jemanden im EP und im ANP untersuchen? Vielleicht, dass du das noch kurz erklärst. Ich weiss nicht, wie es Frau Reinders genannt hat. Ich kann es einfach sagen, wie es wir gemacht haben. Du hast ja auch mit deiner Patientin an der Studie teilgenommen. Wir haben uns wirklich mit Klinikern in Verbindung gesetzt, von denen wir wussten, dass sie sich mit EP und ANP auskennen und gefragt, ob sie einen Patienten haben, der die Diagnose einer DISS erfüllt. Das waren übrigens nur Frauen, die teilgenommen haben. Also wir hätten auch Männer genommen, aber die haben wir nicht gefunden. Dann haben die Therapeuten vorgängig wirklich mit den Patienten ausgehandelt, welcher Anteil an der Studie teilnimmt. Übrigens, ich musste eine Person mal dreimal messen, sonst wäre sie nicht nach Hause gegangen, weil einfach ein anderes EP auch noch gemessen werden wollte. Aber das nur Samrande. Und dann haben wir in Zürich, haben wir dann vorgängig mit diesen Patienten geübt, weil es gibt in Zürich einen MOC-Scanner. Das ist ein Scanner, der sieht so aus wie ein MRT-Magnetresonanztomograph, macht auch schreckliche Geräusche. Und da haben wir alles durchgesprochen. Die müssen ja auch wirklich in diese Röhre liegen und dann gibt es noch diese Headcoil. Wie nennt man das auf Deutsch? Ja, so ein Teil, das über den Kopf geht, damit man eben Gehirnaktivierung misst. Und unser Ziel war, diese Patienten wirklich vorgängig bestmöglich mit Bildmaterial, mit Geräuschen zu konfrontieren. Aber es war natürlich höchst herausfordernd und ohne euch Kliniken wäre es auch nicht gegangen. Aber es ging erstaunlich gut. Lustigerweise, interessanterweise, wir haben immer mit dem ANP begonnen und dann mit dem EP ziemlich fortgefahren. Und ANPs waren auch sehr, sehr nervös, weil danach dann eben die EPs an die Reihe kamen. Bewegungsartefakte ist ein Thema natürlich, weil sie auch gezittert haben, aber auch das ging relativ gut. Und wie habt ihr diese Patientinnen gefunden? Ich meine, dass jemand mit einer DISS kontrolliert wechseln kann in ein EP und danach wieder vom EP zurück, das sind ja, also da braucht es ja einiges an Stabilität und Einsicht und Kontrolle. Ja, deshalb ist unser Sample auch nicht übermässig gross. Also ich habe 15 gefunden und das ist gut, dass es sagt, das sind Patienten, die halt schon lange in Therapie sind, bis zu zehn Jahren. Also eigentlich ist das ein spezifisches Sample. Das würde mich auch, also im Prinzip würde man allenfalls sogar noch krässere Unterschiede finden bei Patienten, die noch gar nicht in Therapie waren. Aber die kann man nicht messen. Das geht so nicht. Genau, weil es darum geht, diese kontrollierte Messung machen zu können zwischen diesem Persönlichkeitszustand und einem anderen. Ja, sehr gut. Ja, gut, bringst du das noch an. Man kann auch anders vorbeiteiten, die Klinikerinnen im EP-Zustand, wenn man dort dann die Erinnerung, dieses Traumaskript sagt, dann das EP reagiert eher mit Intrusionen und deshalb die Aktivierung mit Hyperarousal und das ANP eher mit posttraumatischer Vermeidung, das heisst mit Unterdrückung. Also was man jetzt sieht ist, wo das, also in der Traumatriast, die hat man dann abgebildet, die Traumatriast, also die Wiedererleben und Hyperarousal ist dann im EP-Zustand und die Vermeidung im ANP-Zustand. Und das ist das, was ihr eigentlich gesehen habt. Ja, genau. Gut, danke. Ja, danke für die Klärung. Frau Reinders hat auch noch periphere Masse aufgenommen, was sehr sinnvoll ist, weil die nämlich eine sehr direkte Aussage geben, ob die Probanden gestresst waren oder nicht. Die hat Herzrate und Blutdruck gemessen, und diese Abbildungen zeigen quasi, dass ANP und EP, EP grün, ANP rot, während dem Hören des neutralen Skripts keine signifikanten Unterschiede zeigen in der vegetativen Erregung. Hingegen dann beim Hören des Traumaskripts gibt es beim EP, aber nicht beim ANP, einen sehr starken Anstieg. Ja, deshalb spreche ich auch immer wieder von Hyper versus Hypo raus. Das passt auch wunderbar. Es zeigt eben nochmals dieses sehr stark emotional involviert sein des EP in das Trauma und diese Vermeidung von ANP. Gut, diese Studie wurde im 2006 publiziert und diese Skripts haben die Probanden ja bewusst gehört. Und Ella Neinhäus hat sich dann auch die Frage gestellt, ob diese bedrohliche Reize oder ob es auch zu solchen Unterschieden zwischen ANP und EP kommt, im Sinne einer vorbewussten Verarbeitung. Ja, und das war ein Teil meiner Doktorarbeit. Um eben vorbewusste Verarbeitung von bedrohlichen Stimuli erforschen zu können, braucht man ein Maskierungsparadigma. Wir haben Gesichter genommen, weil Gesichter eben, das weiss man aus anderen Studien, eben sehr stark auch das limbische System aktivieren, vor allem, wenn man sie unterhalb der Wahrnehmungsschwelle präsentiert. Also die Leute sehen dann nur ein Flickern, aber sie nehmen das Gesicht nicht bewusst wahr und das macht man, indem man eben ein Bild zeigt, ganz kurz, knapp 17 Millisekunden und vorher und nachher, unmittelbar vor und nachher, zeigt man eine Maske. Ja, man benutzt auch noch so eine Baseline-Messung, weil man eben immer auch im MRT muss man so Kontraste bilden. Man kann nicht sagen, also das ist jetzt die Aktivierung auf neutrale Gesichter, sondern man muss es immer kontrastieren gegen eine Baseline, das einfach am Rande. Und wir haben neutrale und wütende Gesichter genommen. Und was an dieser Stelle hochinteressant ist, dass wir eigentlich die meisten Unterschiede auf das neutrale Gesicht gefunden haben. Also ich spreche jetzt hier von bedrohlichen Reizen, auch im Zusammenhang mit neutralen Gesichtern, weil die eben hochambig sind. Sie sind uneindeutig. Und das weiss man auch aus der Forschung mit anderen Patienten, zum Beispiel Borderline, die nehmen diese Gesichter hoch aversiv wahr. Man weiss nicht, woran man ist. Das triggert, ja. Insbesondere komplex Dramatisierte. Okay, und was man hier sieht, ist, dass eben EP, und das haben wir beim ANP nicht sehen können, bereits schon auf vorbewusster Ebene zu einer starken Aktivierung führt, auf neutrale Gesichter, und zwar im occipitotemporalen Übergangsbereich. Ich glaube, meinen Cursor sieht man jetzt nicht, aber das sieht man auf dem linken Bild, ja. Im Gehirnstamm und in Motorarealen. Und das ist ein ziemlicher Knaller, weil die EPs, oder also die Probanden insgesamt, wir haben das wirklich überprüft, ob sie die Gesichter sehen konnten und sie konnten die Gesichter nicht sehen. Das haben wir ihnen, wir haben ihnen ja auch nicht vorgängig gesagt, wir werden Gesichter zeigen. Wenn eine Fake-Story erzählt und das natürlich dann aufgelöst. Obwohl EPs diese Gesichter nicht sehen, zeigen sie Aktivierungen in Arealen, die mit Gesichtswahrnehmung zu tun hat. Ebenso zeigen sie Aktivierungen in einem Areal, das mit erhöhter Erregung einhergeht, oder eben auch wieder diese Motorareale, was einen Hinweis auf erhöhte motorische Aktivierung gibt. Ich habe gesagt, dass dieses frontolimbische Regelkreis etwas zu wenig weit greift. Gerade bei solchen Studien kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass stark frontal etwas passiert, weil das ist vorbewusst. Deshalb ist es immer noch sehr stark bottom-up gesteuert, aber mehr auch im Sinne der Sensorik. Also es geht hier in diesem Modell nicht nur um Emotionen, sondern auch um die Sensorik. Es kommt etwas oben an bei den EPs. Bei den ANPs wird das viel früher schon herausgefiltert. Und wir erinnern uns nochmals daran, die Kritiker behaupten, das sei alles nur simuliert. Ein Kritiker soll mir jetzt erläutern, wie das simuliert sein kann, wenn ein Patient gar nicht weiss, dass er mit solchen Bildern konfrontiert wird. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass das eben gar nicht auf Simulation zurückgeführt werden kann. Ist das klar soweit? Ja, vielleicht noch kurz, dass du sagst, mit wem hat man verglichen? Oder sagst du das nachher sowieso? Nein, genau, perfekt. Vielen Dank, auf das möchte ich gleich zu sprechen kommen. Man sieht es hier etwas kryptisch. Also wir haben eben echte Dispatienten untersucht und auch eine simulierende Kontrollgruppe. Und Dis-Epe sind eben die echten Epes und Sim-Epe sind die simulanten. Wir haben die Probanden vorgängig, oder ich komme gleich, also das ist eigentlich der Übergang zur nächsten Folie. Wenn man eben nun diese Behauptung der Simulation der Kritiker ernst nimmt, dann würde das bedeuten, dass eben gesunde Menschen, die instruiert werden, was ist eine Dis, was ist ein ANP, was ist ein EP, also die wenig Suggestion erhalten. Spanos hat übrigens, es ist ein Kritiker, gesagt, es braucht nur ganz wenig Suggestion und dann können die Patienten das. Okay, das haben wir im Prinzip gemacht, indem wir Schauspieler genommen haben und sie instruiert haben, was ist ein ANP, was ist ein EP. Die haben auch noch ein Video gesehen von einem Probanden. Die mussten sich solche Rollen ausdenken und dann im Scanner spielen. Und man überprüft dann quasi, zeigen diese simulierende Kontrollgruppe, vereinfacht gesagt, auch dieses diverse Muster zwischen ANP und EP und das war eben definitiv nicht der Fall. Was eben dieser Simulationsannahme widerspricht. Könnte man dadurch sagen, dass im Hirnscan hätte man eigentlich Diagnose stellen können? Oder der Hirnscan hätte gezeigt, wer gehört in welche Gruppe? Ja, so weit sind wir einfach noch nicht. Aber das ist etwas, was vielleicht Zukunftsmusik ist. Also generell finde ich, MRT zu diagnostischen Zwecken zu benutzen, und es ist viel zu teuer. Nein, ich habe es nicht so gemeint. Ich habe mir gemeint, ich meine, die waren die zwei Gruppen, und von außen, ob es jemand ein Schauspieler, Profischauspielerin, oder ist jemand eine Betroffene, das zu unterscheiden, kann vielleicht schwierig sein. Aber im Scan hat man es dann gesehen, den Unterschied. Der Scan hat eigentlich gezeigt, wer gehört in welche Gruppe. Yep. Genau. Ja, aber wiederum eben, einfach, das ist mir noch wichtig, es ist ein Gruppenunterschied. Ja, also man kann dann nichts unbedingt über den Einzelnen sagen, sondern eher über die Gruppe. Weil das ginge dann eben wieder in Richtung Diagnostik, und dafür braucht es ein anderes Verfahren, da muss man immer den Einzelnen gegen eine Baseline vergleichen, und die haben wir nicht. Die haben wir nicht. Genau, und die Diagnostik macht man ja in der Regel bei instabilen Patientinnen, und hier, ihr hattet Patientinnen, die bereits in Therapie waren, die soweit stabil waren, dass sie anreisen konnten, dass sie an der Studie teilnehmen konnten, dass sie switchen konnten, und dann auch auch wieder geordnet nach Hause reisen. Ja, genau. Das waren relativ hohe Anforderungen. Ja, sehr, sehr. Gut, merci. Ja, ich zeige mal das, dieses Nicht-Gelingen der Simulation zeige ich auf der Ebene von vegetativem Arausen, weil das finde ich fast noch eindrücklicher wie auf der Gehirnebene. Und zwar hat das auch Simone Reinders durchgeführt. Wir haben Schauspieler genommen, und sie hat Patienten eingeschlossen, Entschuldigung, gesunde Frauen eingeschlossen, mit einer hohen Neigung zum Fantasieren. Die Kritiker behaupten ja, Fantasiefähigkeit sei ein wichtiges Element. Und vielleicht, Johannes, gibt es ja einen Fragebogen, wo die Fantasieneigung gemessen wird. Das heisst, mit dem Fragebogen hat man, also Frauen jetzt gesucht, die in diesem Fragebogen hoch gescored haben bezüglich Fantasiefähigkeit. Und was man dann gemacht hat, man hat eben diesen Frauen auch ein neutrales Skript und ein Traumaskript vorgespielt. Also ich nehme mal an, das waren Ereignisse, die einfach schwer waren für sie. Und was man hier sieht, in Rot sieht man den Blutdruck der echten Patienten und in Blau der Simulantinnen. Ja, und es wurden sowohl, und man sieht, dass dieses Zickzack in der roten Kurve, und der Blutdruck geht immer hoch bei den echten Dispatienten, wenn sie im EP ein Traumaskript hören. Und bei der Kontrollgruppe bleibt, da haben wir eine Flatline. Also man sieht hier sehr schön, diese Simulation ist nicht gelungen, auch nicht Frauen, die eine hohe Neigung zum Fantasien haben. Gut. Vielleicht kurz auch noch zurück, ich meine, das mit dem, das eine, die erste Studie von Simone Reinders, da ging es ja darum, überhaupt mal zu zeigen, da gibt es also, wie, was läuft auf, ja, wenigstens auf der Neuro-Wissen, hirnorganischen Ebene. Und dann war der Vorwurf, ja, das kann man ja auch schauspielen, spielen, deshalb war eure Studie, dann war der zweite Vorwurf eben, das ist ja nur Suggestion. Und da kam deshalb dann die andere Studie von Simone Reinders hier, die 2012-Studie, wo man auch das dann nachweisen konnte, dass das eben nicht auf Suggestionsfähigkeit beruht. Ja, genau. Also das ist wirklich auch in Reaktion auf Artikel der Kritiker entstanden. Also das befruchtet sich gegenseitig. Muss man auch sagen, das ist ja wichtig. Man ist es wichtig, diese Forschung in Frage zu stellen und zu sagen, im Moment gibt es Schwächen. Das wurde dann aufgenommen, geben das den Nachweis, dies wird es uns Suggestion, dies wird es uns Rollenspiel. Und die vorbewusste Verarbeitung, Verarbeitung ja auch ist auch noch ein Element. Und was ist, genau. Und das wurde auch gezeigt, wie das ist wirklich eigentlich dadurch auch gezeigt, dass eine dissoziative Identitätsstörung ist auch eine neurobiologische Störung. Also sie geht wirklich bis tief auf neurobiologische Ebene und dass man aus dem PET-Scan unterscheiden kann und erst auch mit dem Blutdruck zu Menschen, die suggestibel sind, zu Schauspielern und so weiter. Genau. Gut, also soviel zum Themenkomplex Emotionsregulation. Ich gehe gerne noch über zu dieser Therapiewirksamkeitsstudie, die ich eben im Rahmen meines Postdocs in der Kleinen Littenheit durchgeführt habe. Und zwar hat die Littenheit zwei Traumastationen, wo eben schwer traumatisierte und dissoziative Patienten therapiert werden. Und eine Hauptfragestellung war eben, zu welchen neuronalen Veränderungen es durch die Traumatherapie kommen kann. Ja, eine kleine Impression. Also wir haben wirklich die Patienten vor Ort gemessen. Man sieht hier auch, also es war eine EGE-Studie übrigens, Elektroencephalographie-Studie, mit der man Hirnströme ableiten kann. Und die Probanden durchliefen eben auch wieder unterschiedliche Experimente, was man hier am rechten Bild sieht. Auf die Experimente komme ich noch im Detail zu sprechen. Das Studiendesign sah ganz vereinfacht so aus. Wir hatten eine Patientengruppe und eine Kontrollgruppe. Und die Patienten wurden gemessen kurz nach dem Eintritt, das ist die Prämessung, und kurz vor dem Austritt nach einer achtwöchigen stationären Therapie. Und die Kontrollverbanden, die erhielten natürlich keine Traumatherapie, aber da haben sie in einem ähnlichen Zeitrahmen auch zweimal gemessen. Und in der Kontrollgruppe gab es, die mussten entweder die Diagnose einer KPTBs, einer partiellen DISS oder DISS erfüllen. Also KPTBs ist hier eher, es ist nach Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specified, noch nicht nach ICD-11. Genau. Und wir haben die Probanden das vielleicht noch einfach am Rande lediglich als ANP gemessen. Wir wollten es ursprünglich auch als EP messen, aber unsere Ressourcen waren schon so aufgebraucht. Wichtig ist einfach, wir haben es nur in einem spezifischen Anteil gemessen, um eben auch neurophysiologische Aktivierungsmustern nicht durcheinander zu bringen. Sonst hat man zu viel Varianz und dann gibt es nichts mehr statistisch Signifikantes. Und die gesunde Kontrollgruppe war einfach eine passive Kontrollgruppe, die wir in Alter, Geschlecht und Ausbildung mit den Patienten verglichen, gematcht haben, in Übereinstimmung gebracht haben. Und sowohl vor als auch nach der Therapie haben wir sowohl Fragebögen erhoben als auch eine E-Gemessung durchgeführt. Und dieses Design erlaubt eben den Vergleich zwischen den Gruppen und auch die Veränderung über die Zeit, also über die Therapie hinweg. Die Patienten, das waren eben Patienten aus der Klinik Littenhardt in zwei Traumastationen. Und das war ein multimodales, phasenorientiertes Therapiekonzept. Multimodal heisst eben, dass unterschiedliche Therapieangebote kombiniert werden, wie ich sie hier aufgelistet habe. Und phasenorientiert heisst eben, dass die Patienten unterschiedliche Phasen durchlaufen, also weniger linear, sondern eher spiralförmig, also will heissen, in Abhängigkeit ihrer Bedürfnisse geht man auch wieder zurück auf eine Phase. In der Stabilisierung, da geht es eben stark darum, dass die Patienten Emotionsregulationsstrategien erlernen. Es geht auch um den Aufbau von Vertrauen, einer stabilen Beziehung, therapeutischen Beziehungen. Und erst dann geht man in die Konfrontation mit Trauma-Inhalten, Trauma-Erinnerungen und Integration. Das ist die Phase, wo die Patienten bestmöglich auch zurückgeführt werden in den Alltag. Auch noch andere Emotionen bearbeitet werden, wie Scham oder Wut. Genau. Die meisten Patienten, die an der Studie teilgenommen haben, befanden sich übrigens in der ersten und zweiten Phase der Therapie. Okay. Was wir untersucht haben, ist, wir haben die Veränderungen in Netzwerken untersucht. Und das Mass, das man dazu nimmt, ist die sogenannte funktionelle Konnektivität. ist relativ einfach, erklärbar. Damit misst man, wie synchron entfernt liegende Gehirnregionen miteinander feuern oder wie stark entfernt liegende Gehirnregionen miteinander gekoppelt sind. Also man sieht hier in der Abbildung links zwei Regionen, A und B und den Galmin Cursor sieht man nicht, oder? Doch, man sieht den Cursor, ja. Okay. Also man sieht diese Aktivierung über die Zeit, 4, A und B und das sind eben entfernt liegende Gehirnregionen, die eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Und diese zwei Gehirnregionen haben eine hohe funktionelle Konnektivität, weil sie eben einen ähnlichen Rhythmus haben. Sie feuern ähnlich im Rhythmus und diese Rhythmen nennt man in der Fachsprache Frequenzen und da gibt es langsame und schnelle Frequenzen und die haben eben diese Frequenzbänder, diese Netzwerke in unterschiedlichen Frequenzbändern gemessen. Das so am Rande. Genau. Also wir haben nicht einzelne Gehirnregionen gemessen, sondern wirklich Veränderungen in Netzwerken. Und wir haben die Probanden sowohl während einer Emotionsregulationsaufgabe gemessen, das ist die kognitive Neubewertung, ich erläutere das noch kurz, ich habe mich für dieses Paradigma entschieden, weil es eben sehr stark dieses frontolimbische Netzwerk aktiviert, welches eben bei Patienten über- oder unterreguliert sein kann. Und ebenso haben wir die Probanden in Ruhezustand gemessen, das nennt man Resting State und man weiss eben aus der Literatur, dass ein stabiles Netzwerk aktiviert wird, welches eben in Ruhe, beim Nichtstun aktiv ist und beim Lösen von Aufgaben sich deaktiviert. Das nennt man das Default-Mode-Netzwerk. und man weiss eben aus der Literatur, dass dieses Netzwerk bei PTBS-Patienten hypokonnektiert ist. Also diese Regionen sind weniger stark miteinander verbunden. Okay. Noch kurz etwas zu dieser Emotionsregulationsparadigme, einfach, dass Sie einigermassen nachvollziehen können, was da geschehen ist. Die sahen eben Bilder unterschiedlicher Art, negativ, neutral, Mensch, neutral Objekt. Negative Bilder waren wirklich bedrohliche Bilder von Gewalt, Beschämung, Erniedrigung. Neutral Mensch waren Bilder, die neutrale interpersonelle Szenen zeigten oder auch neutrale Gesichter. Man nennt sie neutral, weil eben gesunde Menschen das als neutral betrachten, aber sie sind natürlich für Patienten hoch aggressiv auch. Und auch neutral Objekt Bilder, das waren einfach Haushaltsobjekte insbesondere. Und die Bilder wurden randomisiert, zufalls generiert, gezeigt. Instruktion bestand darin eher, entweder die Gefühle beizubehalten auf diese Bilder oder auf diese negativen Bilder auch herunter zu regulieren, indem man diese Situation neu bewertet, also neu bewertet, damit weniger stressig ist. Das kann man machen, indem man zum Beispiel sagt, das hat nichts mit mir zu tun, es ist nur ein Video, ein Film, es ist fiktiv, oder auch die Situation wird sich ändern, verbessern, indem zum Beispiel eine Person dieser Person zu Hilfe eint. und wir haben diese Strategien mit den Probanden vorgängig intensiv geübt und eben nochmals wichtig ist zu verstehen, dass diese Art der Regulation eben diese sehr stark frontale Strukturen Aktivierung frontalen Strukturen zu Aktivierung frontalen Strukturen wird. Okay. Wir haben natürlich eben auch Fragebögen erhoben, was man sehen konnte, ist eben, dass es in unterschiedlichen Symptomarten zu einer Reduktion von Symptomen gekommen ist über die Therapie hinweg. Allgemeine Symptombelastung, das waren die mit den Briefs in der Checklist untersucht, ist die Kurzform der SCL, glaube ich, dann in PTB-Symptomen, in Depression, in der Depression und auch in dissoziativen Symptomen, wo wir keine signifikanten Veränderungen gesehen haben, ist in Somatoformen die soziativen Symptomen und in der Angst. Das waren übrigens hohe Effekte, also ich habe die Fragebögen, in denen wir eben signifikante Unterschiede gefunden haben, schwarz markiert oder fett markiert und auch noch diese Effektstärke angegeben, Coenstie, die eben sagt, wie stark oder bedeutsam der Effekt ist, ab 1, also es steht auch unten, bis 2 ist er klein, bis 5 mittel und bis 8 gross, also wir haben außer bei den dissoziativen Symptomen, das wäre klein bis mittel und sonst doch mittel grosse bis sehr grosse Effekte finden können. Wir haben auch Fragebögen zur Emotionsregulation erhoben. In der kognitiven Neubewertung zeigten die Patienten nach der Therapie eine Verbesserung, das ist eben die Fähigkeit, Dinge in einem anderen Licht sehen zu können. Unterdrückung gab es keine Veränderung, das ist aber auch gut. Wer unterdrückt, das ist keine gesunde Strategie, der unterdrückt einfach die Verhaltensreaktion auf schwierige Situationen wie weinen, das ist aber auch nicht gesund und auch keine Veränderung in den Problemen der Emotionsregulation, welche wir mit einem anderen Fragebogen erhoben haben. Also Langeräder, kurzer Sinn, es gab auch auf klinischer Ebene klare Veränderungen. Und auf neuronaler Ebene, und ich habe das hier einfach mal auf einer Folie zusammengefasst, die Hauptaussage, also sie erinnern sich daran, die Patienten wurden vor und nach der Therapie gemessen und wir haben zwei Experimente durchgeführt, die Ruhemessung und dieses Paradigma zur kognitiven Neubewertung und die Patienten zeigten vor der Messung, vor der Therapie, in diesen Netzwerken, in diesem frontolimbischen Netzwerk und im Ruhenetzwerk eine sogenannte Hypo-Konnektivität, das Netzwerk war weniger gut gekoppelt, diese Regionen kommunizierten weniger gut miteinander, im Vergleich zu den Gesunden. Und interessanterweise zeigte sich eine Normalisierung in diesen Netzwerken über die Therapien weg. Eine Normalisierung in dem Sinne, dass eben nach der Therapie in diesen Netzwerken keine signifikanten Unterschiede mehr bestanden. Und das ist meiner Meinung nach sehr eindrücklich, weil das zeigt auch, es gibt auch Hoffnung, also ich hoffe, dass ich etwas Hoffnung spenden kann, dass eben, du hast es gesagt, es sind Störungsbilder, die sehr tiefgreifend sind und auch wirklich auf neuronaler Ebene sich etwas verschiebt und trotzdem bleiben diese Patienten plastisch, also durch eine entsprechende Lernsituation, also Therapie, kann es auch wieder zu adaptiven Veränderungen kommen und das schon innerhalb von acht Wochen. Was wir auch gesehen haben, ist auch, dass es einen Zusammenhang gab zwischen der Veränderung der Netzwerke und der Veränderung in der Emotionsregulation. Hier sehen Sie zwei Abbildungen, das war jetzt nur in der Ruhemessung, im Thetaband, also ich habe ja gesagt, wir messen das in verschiedenen Frequenzpunkten, Bändern und was man hier sieht ist, ich gehe mal auf die rechte Folie, auf der Y-Achse haben wir die Zunahme in der Netzwerkstärke, also die Zunahme über die Therapie hinweg und auf der Y-Achse die Zunahme in der kognitiven Neubewertung, das ist eben eine gute Strategie und interpretieren kann man das so, dass eben die Patienten, diejenigen Patienten, die eine Zunahme in der höhere Zunahme in der adaptiven Emotionsregulationsstrategien gezeigt haben, eben auch mehr, eine höhere Netzwerkstärke gezeigt haben. Und hier sieht man einen negativen Zusammenhang, das kann man aber dadurch erklären, dass eben hier der Frage Probleme in Emotionsregulation abgebildet wird. Also diejenigen, die weniger Emotionen haben, haben auch in der Emotionsregulation eine höhere Netzwerkstärke nach der Therapie. Und also langer Reder kurz sind diese Netzwerkveränderungen auch eine klinische Bedeutung zu haben. Eine erhöhte Netzwerkstärke geht auch mit einer verbesserten Emotionsregulation einher. Gut, ist soweit klar? Dann kann ich, würde ich zusammenfassen? Ja, ist gut. Okay, also was ich zeigen konnte hoffentlich ist, dass es eben eine grosse Ähnlichkeit gibt in neurophysiologischen Reaktionsmustern zwischen dissoziativen Persönlichkeitsanteilen in einem Dispatienten und PTBS-Subtypen. Wir konnten sehen, dass eben Dispatienten im EP ein Muster zeigten, welches wir als Unterregulation bezeichnet haben und das kann man eben auch bei PTBS-Subtypen vom Hyperhalter-Subtyp beobachten. Und beim ANP war das Muster sehr ähnlich wie beim dissoziativen Subtyp, das haben wir mit Überregulation beschrieben. Und ich habe versprochen, dass ich eben diese Befunde im Rahmen dieser Modelle Äthologie-Modelle auch diskutiere. Und dieser Befund, diese Neurowissenschaften Befunde stehen in Übereinstimmung mit dem Traumamodell. Sonst müsste man ja auch behaupten, oder sonst könnte man auch behaupten, dass die PTBS simuliert ist. Und das tut bisher niemand auf dieser Welt. Okay, also die Dis kann hier als Belege, die zeigen, dass eben die Dis auch eine Traumafolgestörung ist und als schwerste Form eine Traumafolgestörung betrachtet werden kann. Dann konnte ich hoffentlich zeigen, dass eben die Simulation dieser neurophysiologischen Aktivierungsmuster in Dis-Patienten keiner Kontrollgruppe gelungen ist. Wir haben das mit Schauspielern gemacht, Vereintes mit gesunden Probanden, die eine hohe Neigung zum Fantasieren aufweisen. Und diese Befunde widersprechen ganz klar dem soziokognitiven Modell. Weil wenn das richtig wäre, hätten eben Simulanten auch das neurophysiologische Muster simulieren müssen. Und zu guter Letzt eine Trauma- und Dissoziations fokussierte Therapie bei komplex traumatisierten und Dissoziativen Patienten führt zu Anabnahme in Symptomen, eben auch Dissoziativen Symptomen und auch zu einer Normalisierung in Netzwerken, die normalerweise bei Traumapatienten gestört sind. Und auch das widerspricht dem soziokognitiven Modell, weil die Anhänger dieses Modells behaupten ja, dass Therapie schädlich ist. Also müsste ja dann eigentlich zu mehr Dissoziativen Symptomen kommen. Ich habe hier auch noch die und es müsste einfach zu mehr Unruhe und nicht zu adaptiven Veränderungen auf neuronaler Eben kommen. Ich habe hier auch noch Brand, Bethany Brand, zitiert, sie ist sehr genial, Professorin aus Amerika, die eben sich auch sehr stark wie dieses Traumamodell einsetzt und eben auch zeigen konnte, dass Therapie durch geübtes Personal eben nicht schädlich ist, im Gegenteil, dass es zu Abnahme von Symptomen führt. Gut, dann wäre ich am Schluss hier einfach noch ein kleiner Hinweis, den ich auch mitgeben möchte. Es gibt auch bereits jetzt schon auf YouTube eine kleine Kursdokumentation von Dominik Maiori, ist ein Psychologiestudent und er hat während dem Psychologiestudium, also mittlerweile hat er vielleicht auch schon abgeschlossen, aber er hat während dem Studium auch noch Filmwissenschaften studiert und eine Dokumentation gedreht zur DISS und da erzähle ich auch noch mal einiges, was ich jetzt heute auch schon erzählt habe und Erwin Lichtenegger, Eva Zimmermann sind auch mit von der Partie. Ja, somit wäre ich am Schluss meines Vortrages. Gut. Ja, vielen Dank. Kannst du aus der Präsentation raus? Ja, genau. Vielleicht noch kurz zum Abschluss, weshalb ist das so wichtig, dieses soziokognitive Modell nachdem zu widersprechen? Vielleicht kannst du kurz noch dazu sagen, oder was sind die Implikationen? Was sind die Implikationen? Ja, wenn das soziokulturelle Modell, das sagt, ja, das gibt es, das gibt es gar nicht, das ist nur Schauspielreihen und Suggestionen. Ja, ich glaube, dazu kannst du was mehr sagen, aber ich nehme mal an, ich meine, es geht wirklich um die Anerkennung eines Störungsbildes und das hat natürlich weitreichende Implikationen, wenn es das Störungsbild nicht gibt, dann müssen wir uns therapeutisch nicht schulen, dann müssen wir, muss Polizei und Justiz sich nicht damit beschäftigen, dann gibt es auch keine IV für dieses Störungsbild und IV, Invalidenversicherung für Genau, ja, genau und man darf einfach weiterhin Menschen schänden, ohne dass es irgendwie Konsequenzen hat, ja. Weil du sagst, also die, also man, man durch die schwere Gewalt, schwerste Gewalt an Kindern, jungen Menschen gibt es diese dissoziative Aufspaltung und wenn man die, wenn man diese in Frage stellt, diese Aufspaltung, dann kann man sie nicht erkennen und das ist dann schlussendlich positiv für die, für die Täter, die nicht befürchten müssen, dass man über die Behandlung der Betroffenen, dass die Betroffenen so stark werden dann auch, dass sie sich auch dagegen wehren können, also auch mit einer Strafanzeige zum Beispiel dagegen angehen können. Genau. Das heisst, und eben dann auch ihnen eine entsprechende Therapie anzubieten, weil es ist eine ganz, es ist schlussendlich eine andere Therapie, diese Therapie ist anders als eine Therapie einer bipolaren Störung oder einer Schizophrenie. Es gibt andere Richtlinien, wie man vorgehen sollte. Ja, schön. Und wichtig denke ich auch, dass, auch wenn die Forschung jetzt zeigt, das sind hirnorganische Unterschiede, schlussendlich, es gibt auch Hoffnung, weil das ja auch zum Teil wachsen kann. Du hast jetzt nicht viel über den Hippocampus gesprochen, aber dann gibt es diese hippocampalen Veränderungen, die auftreten können im Laufe einer längeren Therapie. Ja, genau. Also vielleicht das noch, auch noch, das ist auch noch, ich habe jetzt nur über strukturelle, entschuldige, funktionelle Veränderungen gesprochen. Genau. Es gibt auch einen klaren Hinweis darauf, dass, also, die Abnahme im Hippocampus ist ein ganz klarer Beleg oder ist ein Beleg, der oft repliziert wurde bei Traumapatienten. Also, weil chronischer Stress führt zu einer hippocampalen Atrophie. Genau, genau. Und bei Diespatienten ist diese Atrophie noch viel stärker. Es korreliert auch mit der Schwere an Traumatisierungen. Und das ist auch ein sehr schöner Hinweis darauf, was dem soziokognitiven Modell widerspricht, weil hippocampale Veränderungen können wohl kaum simuliert werden. Ja, genau. Aber es gibt auch Hoffnung, weil eben der Hippocampus gerade insbesondere ist ja fähig zur Neurogenese, also gibt Wachstum an Nerven in diesem Gebiet. Andere Gebiete ist das weniger möglich, aber trotzdem gibt es plastische Veränderungen. Also, es gibt keine Neurogenese, aber trotzdem gibt es synaptische Veränderungen. Und ja, es kann auch trotzdem zu funktionellen Veränderungen führen, vielleicht nicht nur neuroanatomisch, aber funktioneller Art. Und das wurde nicht nur bei TIS und Partialities nachgewiesen, es gibt auch diese bekannte Bucharest Orphanage Study, wo man ja auch nachweisen konnte, dass bei Kindern, die vernachlässigt abgewachsen sind, zuerst in einem Kinderheim, oder man hat sie separiert, eine Gruppe war in einer Pflegefamilie, eine Gruppe weiter in einem Kinderheim, dass der Hippocampus sich besser erholt hat bei den Kindern in den Pflegefamilien. Das ist sehr kurz zusammengefasst. Ja. Weil man nicht das Ideen steht, dass es nur bei Disparseller Dissol und grundsätzlich einen chronischen Stress, speziell im Alter, wo ja diese Hirnstrukturen wachsen, hat dann einfach auch Einfluss eben so weit dann, dass es eine Hippocampale Atrophie geben kann. Das ist ein Bereich. Ja, was ich eben auch so traurig finde, dass es so wenig Forschung gibt dazu, weil es wirklich ein Störungsbild ist, welches therapiert werden kann, auch wenn es lange dauert und vielleicht nicht bei jedem, aber da ist Veränderung möglich. Genau, wie du schon gezeigt hast, das ist ganz einfach. Ich meine, ich weiß von der Studie, die du da gemacht hast, ein Teil deiner Doktorarbeit, ihr musstet ja ziemlich weit gehen, um ausreichend stabile Dis-Patientinnen zu finden. Die Studie in Zürich gemacht, ich glaube, ich habe doch einige, kamen aus Deutschland. Genau. Das war nicht eingeflogen. Eingeflogen. Da hatten wir einen guten Forschungs-Grant. Gut, genau, aber es zeigt eben auch, wie komplex die, es ist, auch Forschung zu betreiben und vielleicht das als Antwort darauf, wenn man dann sagt, warum gibt es so viel Forschung über Schizophrenie und so wenig über Dis, es ist natürlich, es hat mit Geldern zu tun, weil Schizophrenie Forschung sind auch durch die Medikamente andere Finanzierungsquellen da, aber bei Dis ist es auch noch ein bisschen komplizierter. Obwohl ich finde, das ist in dem Sinne eine Ausrede, um die Forschung nicht zu tun, nicht zu durchzunehmen. Nein, nein, es ist nur vielleicht, wenn sich jemand fragt, warum gibt es denn so viel mehr Forschung zu Schizophrenie und so viel weniger zur dissoziativen Identitätssteuerung. Das stimmt, aber man könnte die Forschung immer noch machen mit einem kleineren Sample, oder? Genau. Ich weiss nicht, vielleicht jetzt mit dem ICD-11 dann auch etwas ändert, ich meine, jetzt seit 2019 gibt es diese offizielle Kriterien. Ja, ich bin mega gespannt, also eben auch gespannt, was dann die neurowissenschaftlichen Korrelate der komplexen PTWs sind und ja, eben, der dissoziative Subtyp im DSM-5 hat auch schon etwas Auftritt gegeben, das hat Boden gegeben für die DISS-Forschung. Ja, sind wir gespannt, was da noch kommt, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Ausführungen und würde dann hier mal abschliessen. Danke. Alles Gute, danke. Bei uns, wir müssen ver 출발, das ist Vielen Dank.